ja mein sind youtube ist wieder mal euer rené von funblock willkommen zu trick maniatobo wir tun ja immer noch die kacke aus silber klatschen nein nicht dagegen jau da war auch ne beule in die bude ok wenn der andere silber schon schneller war hier heute als ich dann kann ich auf aufgeben gehen da wollte ich eben noch mal durchfahren wie oft ich da mit bronze mit dem joker da machen kann oder ich schaff's jetzt das kann auch sein das wäre auch was cooles komm autowagen perfekt wo ich doch nicht gucken schon habe ich es aber silber gibt es auch mit dem joker gut zu wissen da ist es schon mal gut zu wissen ich schätze mal bei silber wenn man das hat dann kriegt man gold aber man will natürlich auch nicht alles auf sowas machen weil ich glaube das ist so ja ist ein joker halt so leicht gescheatet wenn man so anhauchen weil man es ja eigentlich nicht geschafft hat ach du scheiße ich glaube sieben sekunden oh man oh man was war denn da schon wieder für ne strecke okay es sind drei runden ich schätze mal wieder drei runden auf diese scheiße hier zweite habe ich jetzt na komm bitte 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 nichts nichts anhauen einfach gemütlich fahren ich habe noch keine dritte ich glaube jetzt perfekt aber in der dritten runde ist mir schon sauviele sachen passiert ist egal welche runde ich weiß nicht jetzt ob das soweit war ich hoffe nicht ich hoffe jetzt die letzte kurve und dann ziel und dann silber ja perfekt es läuft ja heute alles schmuf oje was kommt jetzt aber wir kommen aber wir kommen bis jetzt gut voran bis jetzt ich hab noch ein paar Minuten wo ich fahren kann bis jetzt ne bis jetzt 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 los läuft aber was macht macht deswegen bin ich wo gerade untergekommen nein ich hätte abbremsen müssen ich glaube vorne muss man ist der entscheidende punkt abzubremsen ich sage es läuft schmuck gerade aber ja ich bremst genauso ab wie er und er fliegt nicht raus das war wieder falsch mist ja vor der runde hatte ich schon lange schiss dass die kam wieder vorbei komm das muss doch klappen hier unten ist das ziel sieht man gerade abbremsen nein ich war schneller als er ich muss wohl in die mitte kommen doch alter das schaffst du das schaffst du jetzt kurz abbremsen rüberziehen ja warum ja jetzt vorbei da wäre das ziel also kommt nicht mehr viel dann fahr ich da nur durch ich dachte jetzt da wären noch loopings oder so ein scheiß er wäre noch größer scheiß komm bitte wo nein 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 ach du altes mistvieh was habe ich jetzt gemacht habe ich jetzt gemacht nächste strecke wohl ist egal das ist so ein alter schieter ne was für ein kleiner schieter wo sowas kommt so auch leicht aus der kurve wenn da gras ist das war glaube ich gerade so knapp silber das war glaube ich gerade knapp alter alte herren mama mia der ging aber auch gerade in der poste du oh nein die kurve die war jetzt nicht schmuf die war auch nicht schmuf die ist auch nicht so schmuf gewesen der sprung war scheiße schon mal so habe ich mir selber geholt hin übersprungen geil das war immer ein geiler erfolg einfach übersprungen so ihn überholt das wird jetzt auch die letzte strecke vor ob das sei aber das war ja mal geil gesprungen und überholt alter äh wieder drei runden so jetzt hör auf alter bin ich gerade schnell unterwegs bin ich schon in der zweiten nein 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 ja das war der endstoß trotzdem wenn es euch heute gefallen hat drückt mir gerne das dämmel dann nach oben lasst mir ein abo da tschüss bis zum nächsten mal